Weil ich muss ja auch irgendwie diese Bombe entschärfen können. Also ich komme auf jeden Fall hier hoch. Und ich will auch da hochkommen. Aber ich komme hier nicht hoch. Ist hier irgendwas, wo man durchschlüpfen könnte? Ich sehe nichts. Ich schlafe mal eine Runde weiter. Ey, so dumm. Warum ist hier unten noch einer? Okay. Dann halt eben nicht. Hm. Mal gucken, haben meine Freunde am Telefon vielleicht eine clevere Idee, wie ich hier weiterkomme? Wahrscheinlich nicht. Plissken, wenn dann er. Ja, 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 ja. Alles gut. Wir rufen mal lieber ihn hier an. Er weiß Bescheid. Gut, das hilft mir nicht wirklich, weil ich habe die ja schon gefunden. Ich muss nur wissen, wie ich hinkomme. Wenn du von oben her... Ah, okay. Uh, das ist natürlich eine Möglichkeit. Das ist... Ah, nee, scheiße. Hier werde ich gar nicht hin. Das ist in der Tat eine Möglichkeit, von oben runter springen. Alles klar. Muss ja erstmal drauf kommen. Guter Einfall, mein lieber Freund. Mein lieber Stillmann. So. Hä? Wie? Hm? Wollte ich gerade sagen. Hm, am Arsch. Schlafen ist angesagt. Ist there somebody there? Ist there somebody there? Ich sollte vielleicht in Deckung gehen. Hm. Schlaf, mein Kindchen. Schlafen. Du willst es doch auch. Okay, das heißt, um... Ja. Genau das wollte ich jetzt machen. Äh, das bedeutet natürlich folgendes. Ich muss ja dieses Bild da, äh, dieses Buch da bekommen, ne? Das geht nicht anders. Deswegen müssen wir hier runter. Müssen hier rum. Und jetzt haben wir ein Buch. Oh ja. Ein verdammtes Buch. Wir können nicht lesen, aber wir haben es. Da sind ja auch Bilder drin. Kann man sich das vielleicht angucken? Die Bilder, das wäre voll toll. Ähm, nein. Wo ist denn das Buch? Hä? Das Buch wird mir nicht angezeigt. Das finde ich nicht so gut. Ach hier. Publikation für Erwachsene. Aufnahmen von Mädchen und interessante Artikel. Zum hinlegen. Quadranttaste gedrücken. Wir haben ein Buch. Möchte jemand ein Buch? Nein? Okay, dann nicht. Oh. Oh shit. Wir gehen einfach mal eben hier rein. Alles ist gut. Ich habe gar keinen Stress mit denen. Alles läuft, ja. Wie am Schnürchen bei mir. Juhu. Noch eine Bombe. Finden sie mich sowieso nicht. Von daher ist mir das relativ egal. Das ist Rhyden. Ich habe gerade geschlossen, die C-4 in Strut F. Ich habe auf B-1 geschlossen. Du hast zu viel Zeit. Du solltest ein bisschen schneller arbeiten. Da ist kein Zeit, Rhyden. Ich habe meine Hands-Fülle hier, so sieht es nicht, wie ich dir helfen kann. Es ist in deinen Händen. Gut gemacht. Es sieht, wie es noch mehr Bomben gibt. Jetzt, fahre für die anderen Struts. Die sind voll blöd. Ich werde jetzt erstmal schön hierbleiben. Da kannst du noch am Arsch lecken. Und, äh, ja, gut. Da gehen sie anscheinend dann auch schon wieder. Hat sich gelohnt. Zum Glück waren sie hier, ne? Und jetzt gehen wir zur Verbündungsbrücke. EF, ne? Ja. Ja, was ist los? Ich bin da. Hallo. Hallo. Jack, du erinnerst, den Tag, den wir uns getroffen haben? Ich bin jetzt ein bisschen beschäftigt, Rose. Du bist richtig. Sorry. Ich erinnere mich. Es war nachdem ich nach New York. Da waren alle diese Touristen, in front of die Federal Hall. Eine Gruppe der japanischen Mädchen kamen und fragte mich welcher Bildung das King Kong war in der Film. Ich sagte, es war wahrscheinlich die Kreisler-Bildung. Und dann, du kamst, und sprachst du auf. Du sagst, nein, es ist die Empire State. Ich sagte, die Kreisler-Bildung war in Godzilla. Wir sprachen, und ich verratte alles über die Touristen. Ich sagte, dass ich richtig war, und du warst das gleiche. Die nächsten Mal wussten, die japanische Mädchen hat weggezogen. Und wir ging zum Skyscraper Museum zu sehen, wer hat die bessere Rekord. Wir sprachen, bis zum Batterie Park. Und für nichts. Seit dem Museum war geöffnet. Wir ging unsere separate ways von dem Museum. Und dann, ich finde dich wieder, bei coincidence, in der Basis-Corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night, we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Kreisler-Bildung from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore, who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. Hmm. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Ganz ehrlich, was ist das für ein Anruf? Ja, weißt du noch, wie das damals war? Ach, tut mir leid, ich halte dich auf. Ciao. Frauen, ey, ungespast. Manchmal. Manchmal sind die schon ein bisschen komisch. Ja? Was, jetzt schon wieder? Be careful. There are Claymore-Mines around there. Who is this? Stealth-equipped Claymore-Mines. Invisible to the naked eye. Use the Mind-Detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X, now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Hm. Yeah, come. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it was, it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think? I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses and he's dead. Is it an enemy trap? Could be exercise extreme caution. Aber wir müssen dann nochmal kurz Plissken anrufen. Vielleicht hat der da noch irgendwas zu sagen zu. Everything is going smoothly over here. I just finished defusing another C4. For some reason there was one planted on an enemy soldiers back. Ja, ich meine warum nicht, ne? Kann man machen. Hallo? Wir rufen nochmal. Tell me a little more about Dead Cell. Dead Cell was a shadow unit within the SEALs organization. Right. They handled surprise raids on vital government facilities, didn't they? Yes. They were originally put together to check the nation's military security system. The unit was the brainchild of ex-president George Sears. Dead Cell was a secret unit positioned at the opposite end of anti-terrorist outfits such as Delta Force and SEALs. Were they always a... Group of madmen? Yeah. No. They got weird when Colonel Jackson, Fortune's husband, was sent to jail. Sent to jail? For what? Corruption. He misappropriated government funds. Sounds like he deserved it. That's what everybody else thought. Except for the members of Dead Cell, they felt the colonel was falsely accused. Fact is, they took the case to the powers that be, but they never managed to reopen the case. Was there any truth to their claim? Who knows? Whatever the situation is, Dead Cell's name was tainted. And Colonel Jackson? He was being held at Leavenworth. Was? Meaning he's been released? Well, in a manner of speaking, the colonel's dead. Oh. Apparently, he lost the will to live and died in prison. The members of Dead Cell snapped with the loss of their leader. They underwent a radical change and became uncontrollable. And that's why they undertook this terrorist operation. Seems as good a reason as any. Okay. Nee, warte mal, aber... Ich bin mir nicht sicher. Sagt er nicht eigentlich noch was zu diesem Mr. X? Oh, er spritzt. Aber das möchte ich gar nicht von dir hören. Ich rufe ihn jetzt so lange an, bis er was zu Mr. X sagt. Ist mir egal. Ja, das hast du mir schon erzählt. Na gut, ich glaube... Oh, verdammt. Der hat mir ganz viel Tolles erzählt über ihn. Haha, das ist natürlich ärgerlich. Dann gehe ich jetzt. Tschüss. Ich habe keinen Bock drauf. Wenn ihr nicht wollt, dann pah. Ja, gut. Fangen wir hinten an. So, wir gehen jetzt mal runter. Oh, scheiß. Die Wand an. Diese Kamera hat eine sehr, sehr krasse Sicht. Die Frage ist, wo genau ist die Kamera? Oh, eine fucking Wache. Nein! Warte kurz. Drohne. Drohne, Drohne. So. Ey! Ja, Spitze. Äh, ja. Ja, 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 ja. Alter. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Oh, wir haben nur noch einer. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Oh. Leute. Leute. Geh weg. Mann. So, ich muss hier mal eben weg, ey. Geh mal voll auf den Sack mit den Lutschern. Ich glaub, hier rein kommen sie nicht. Ich hoffe, da kommt jetzt noch keiner von der Seite. Da sieht mich eine Wache einfach mal so, ne? Da sieht mich einfach mal eine Wache. Da trägt mich schon nicht so. Klasse. Naja. So, die fliegen hier wieder rum. Ich muss kurz warten. Ich muss jetzt so lange warten, bis, ähm, das wieder normal ist, weil die fliegen hier, glaub ich, immer noch rum. Ach, da oben ist die Dreckswache, ey. Ja, ich bin mir nicht sicher. Das ist jetzt, äh, immer eine gute Frage, ob ich den treffen kann. Oh, yeah. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Hier würden wir in die Normal, also hier würden wir auch in den Kern kommen. Da müssen wir aber noch nicht hin. Wir sollen ja auch eh erstmal die Bomben, ähm, entschärfen. Wir nehmen mal alle, ja, dreh dich bitte einmal um. Dankeschön. Wir nehmen erstmal alle Clay Momien mit. Die kann man immer noch gebrauchen. Na? Deswegen finde ich das eine sehr gute Idee. Und ich glaub, wir kommen da noch gar nicht rein. Kommt da glaub ich noch gar nicht rein. Oder vielleicht doch. Keine Ahnung. Warte. Ah, wobei, warte mal, ein so ein Easter Egg, da muss ich nochmal gucken, wo das war. Ich hoffe, wir haben das noch nicht verpasst. Weil das, äh, finde ich, also da sieht man mal wieder die Japaner, du, das sind mir schon Früchtchen. so, erst mal sind wir in Strut E Parcel Room 1F. Und hier ist halt die Versandabfertigung. wie kann er mich sehen, man? Arsch. Nein, 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 fuck. So, tschüss. Okay, ich hab ein Problem Jetzt kommen dann nämlich gleich alle wieder angeschissen Und untersuchen den Scheiß hier Ich muss schon mal eben weg, tschüss Mann, jetzt muss ich wieder warten, ey, bis hier alles free ist und so Mann, 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 Mann Aber ich kann mich so lustig im Kreis wieder drehen Also ich glaub, das Spiel läuft Also in diesen Szenen läuft das auf 60 FPS Aber ich glaub, die Zwischensequenzen laufen nicht in 60 FPS Also da ruckelt's auf jeden Fall ab und zu So Sind jetzt mehr Leute? Hallo? Oh Oh, shit, äh, blöd Hä? Ist der da raufgeklettert? Willst du? Nee, ist er nicht Ich geh mal hier runter und gucken, was hier so ist Oh Level 5 Oh, nein Oh, hier ist nix mehr Ich muss dieses Not-Not-Ding finden Not-Not Hallo? So So, da haben wir den Den anderen seh ich da hinten zwar auch Ich muss die beiden ausschalten, dann ist alles gut So, der ist schon mal weg Oh nein Fuck Fuck, 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 fuck Ich bin weg Kommt jetzt Ähm, what the fuck Nein, du willst gar keiner hier Hilfe und so Ja Es ist überhaupt nichts los Schatze Manu Aua Ich weiß nicht, ob Oh, shit Ich muss weg hier Lalalalalalalalalalalalalala Äh, so Okay Verdammt Ich will aber eigentlich an der Wand zu lang Gucken, ob da einer guckt Hm Ja, sobald die sagen, alles ist wieder gut Weiß ich ja, dass sie gehen Und hier passiert nichts mehr Ach, komm schon Ja, 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 ja Geht bitte wieder weg Lalalalalalalalalala Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja